Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen SBB. Und ihr seht schon, ich sitze hier mit einem Chelsea-Schal. Beim Wochenende ist das League Cup-Finale in England. Chelsea gegen Liverpool. Und der Chelsea-Schal hier von mir ist von 2004. Da hat der VfB noch Champions League gespielt. Und bald hoffentlich wieder. Das war einer meiner ersten Stadionbesuche. Und für dieses besondere Video habe ich auch einen besonderen Dust. Nämlich den guten Kabat. Den Tone. Freut mich extrem, dass du heute mit dabei bist. Und wir ein schönes Full-Premor-Lead-SBB aufnehmen. Ey, Niki, wie geht's dir? Ich freue mich ohne Spaß sehr, mal hier zu sein auf deinem Kanal. Und generell, dass wir es geschafft haben, mal zusammen ein Video aufzunehmen. Weil wir haben uns schon so oft gesehen. Im Real Life, bei allen Events. Und jetzt wird es mal an der Zeit, dass wir mit Niki ein schönes Ding machen hier. So sieht es nämlich aus. Wir haben uns A sehr oft gesehen und B auch schon so richtig oft gegeneinander geölt. Ja. Ich glaube, das hat es den einen oder anderen Cup. Und heute können wir uns gegenseitig ins Loch stoßen. Entweder jetzt hier auf dem Kanal oder später dann bei dir in der Folge, wo wir auch ein schönes SBB noch aufgenommen haben. Also ich würde sagen, wegen mir können wir rein starten. Bin gespannt, wen du aufgestellt hast. Wir haben ja zwei Startspieler. Bei dir den guten Elliot von Liverpool, Future Star. Und bei mir hier eine neue SPC-Tate. Die Sassi sieht aus wie ein Monster. Mal gespannt, was der Mann kann. Für wen bist du eigentlich beim Spiel? Liverpool gegen Chelsea? Ich muss ja jetzt hier für Chelsea sein, weil ich an Chelsea schaue. Das war ja sonst blöd irgendwie. Ja, ich bin für Kloppo, Freunde. Ich bin sowieso Liverpool-Sympathisant. Und Kloppo liebe ich. Deswegen passt es gut. Ja, das ist doch schön. Obwohl ich sagen muss, hier, Mataro Endo ist eine absolute, ist eine Legendo. Von dem her so ein bisschen Liverpool schon auch da. So ist das. Sehr gut. Willst du zuerst reinhalten oder ich? Ähm, dann würde ich reinhalten, wenn du die Spieler rein, dann kannst du die Spieler reinmachen. Okay, dann fange ich an mit meinem Stürmer und mit den drei ZOMs. Der eine ist ja schon drin. Erstmal haben wir im Sturm, wir geben mal für Premier League ein, damit wir das alles finden. Im Sturm gehe ich mit Alvarez von Manchester City. Hat gestern auch Haaland ein Tor vorbereitet. Und Matthäus Cunha, als auch Christopher Nkunku, dein Chelsea-Man. Ich nehme es vorbeid. Du darfst alle drei Spiele behalten. Mit Cunha habe ich hier noch tatsächlich gespielt. Ich habe im Sturm Heuminson und dann noch Deli Alli und Bruno Fernand. Äh, ich wusste, dass du Bruno. Aber da gab es noch ein ZOM, den dachte ich. Ah, das war dieser Palma. Da habe ich überlegt, den zu holen, aber der war so auffällig. Der war auffällig. Also das war ja der Promostar sozusagen. Genau, Future Stars war das die Nummer 1. Dann halte ich mal für dich rein, okay? Deine drei Flügel da und den Stürmer. Ich habe ausgewählt auf dem linken Flügel den Guggen Gappo, also von deiner Mannschaft sozusagen. Die Eis-Version. Im Sturm habe ich eine ganz Special-Karte, den ich hoffe, du hast die nicht. Den Guggen Casemiro Winter-Wildtag. Den gibt es nämlich als Stürmer. Und am rechten Flügel habe ich Dirt, Teut, Hero, auch Liverpool-Legende. Das ist jetzt meine Offensive. Hast du gut gemacht. Ich bin mit Garnaccio gegangen auf den linken Flügel, rechter Flügel Martinelli und im Sturm Holjund, der Future-Star, die Maschine. Schade. Dürfen alle bleiben. Ja, dürfen alle bleiben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was schlappe ich im Mittelfeld bei dir auf und du bei mir. Jetzt, dann würde ich sagen, halte ich mal rein, wen du aufgestellt hast. Also. Ja, hast du dir was überlegt ein bisschen? Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und zwar dachte ich, du gehst mit einer sehr, sehr starken Kappe, mit einem Ramirez. Ey, was soll das? Vicky, was machst du? Also, Ramirez, ich dachte, der Mann hat hier viele Coins und er geht hier mit einem super brasilianischen zentralen Mittelfeldspieler. Und daneben habe ich ein bisschen Low Budget für dich gebaut, den guten Declan Weiss, der hatte nämlich eine schöne SPC-Tatte. Ey, Vicky, unser erster SPW, direkt haut er mir einen weg. Ramirez, ciao. Und jetzt habe ich daneben noch Alisson Becker als ZDM, diese SPC-Karte. Ja, okay, aber clever, clever. Jetzt ist aber die Frage, willst du deinen Joker aktivieren, dann muss ich jetzt einen Torwart reinstellen oder willst du noch warten und du denkst, später kriegst du einen? Ich kann ja von meiner Sicht sagen, ich aktiviere mal direkt den Joker, weil das ein bisschen riskant ist. Aber darfst du entscheiden. Ne, ähm, ich aktiviere auch den Joker, das passt. Dann machen wir da den Torwart her. Ja, super, da haben wir uns einen Premier League Browser-Spieler, das ist doch geschmeidig. Torhüter, Hammer, einen. Mit 23 Tempo, ein Deutscher, super. Ey, dann halte ich für dich rein und jetzt hoffe ich, dass ich dir das ein bisschen heimzahlen kann. Mittelfeld. So, und zwar, weißt du, wen ich hab, auf meinen beiden ZM-Positionen, einmal den guten Kai Sedo, ähm, der Mann passt zu die Sassi, äh, Leistungsträder bei Chelsea, radioaktiv. Dann hab ich nochmal einen radioaktiven Spieler, Dominik Kopperschlein, finde ich persönlich eine sehr geile Tarte, auch einen Spielertyp, den ich in Real Life brutal feiere. Ja, voll. Und im zentralen offensiven Mittelfeld ist, da hab ich ein bisschen Angst, tatsächlich, ein bisschen offensichtlich, äh, JJ Okocha. Bro, Okocha hab ich mir angeguckt. Ich hab aber Bernardo Silva, Bruno Fernandes und die kleine Reis. Da bin ich rutschen gegangen. Komplett. Was ist die 50 bei Bernardo und Otocha? Ja, ja. Dann hast du bis jetzt noch ein volles Team, und jetzt muss ich mir aber einen Außenverteidiger von dir schnappen. Den ruhig mir. Mann, spannend. Oh, Mann. Okay, dann fang ich an mit dem Linksverteidiger, komm, wir legen erstmal links los. Dort hab ich keinen geringeren als Zinchenko. Radioaktiv, feier ich auch sehr den Spielern. Und Rechtsverteidiger, wen hab ich mir denn, ah, der hat auch ein bisschen was gekostet. Es ist Rico Luis, glaub ich, heißt du, oder? Ist er Rico? Ja, Rico Luis. Von ManCity. Ja, FutureStar-Karte sieht echt stabil aus. Der kann sogar Sechser spielen, also ZDM. Das ist ein interessanter. Ich hab hier LV, den guten Kai Abi, Meta-Tai. Kennst du wahrscheinlich noch aus FIFA 19? Ja. Ja, klar. Der war ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu obvious, aber gut. Und LV hab ich tatsächlich den anderen neuen, die andere neue FutureStar, hatte den Namen, Karin Lamptey von Brighton. Alter, ich dachte... Ja, dürfen beide drinbleiben, ah? 50-50. Ich hab kurz Angst gehabt. Ich dachte, du schmeißt mir jetzt mal einen zweiten Spieler raus. Aber die Frage ist jetzt, wen hast du auf der Linksverteidigung? Weil ich kann mich erinnern, bei dem letzten Mercedes-Benz Cup, da hieß es, Kai Havertz soll gut sein. Spielst du den vielleicht? Da hieß es, Kai Havertz soll gut sein, aber Kai Havertz spielt nicht. Spielt nicht. Spielt nicht. Spielt nicht. Es spielt nochmal ein Liverpool-Hero, UCL-Hero, der gute Jon Arne Riese. Ich hoffe, ich hab ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja, Jon Arne Riese. Und als Rechtsverteidiger hab ich den guten Trent Alexander-Arnold. Nein. Da gab's drei Spieler vielleicht, die man aufschreiben kann. Und ich geh mit den Spieler vom Chelsea. Weil ich dachte, du wirst noch ein bisschen Chelsea reinpumpen. Ja, du hast ein volles Team bis jetzt, was soll ich sagen? Es sieht auch vor allem richtig schön bunt aus. Blau, grün, dann hier so braun, dann radioaktives Grün. Ist alles dabei, ehrlich. Sieht richtig gut aus. Bei mir ist bis jetzt auch Rainbow-Team. Tja, nee, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Eine verschiedene hab ich. Eine doppelt. Und halt ein Fronze-Torwart ist wichtig. Okay, soll ich reinhalten für dich erstmal? Komm, weil du hast nur zwei Spieler. Ich fang bei dir an. Dann mach ich die Spieler rein. Aha. Mhm. Bin recht gespannt. Ich hoffe, du hast die nicht. Okay. Was hast du Schönes? Ich hab innen verteilter FC-Pro-Live-Tate vom IAFC-Event. Bonner von West Ham. Nochmal eine neue Farbe. Und im Tor hab ich Areola Team of the Week. Du hast mich komplett rasiert. Ich hab Joschko Govadiol, weil ich dachte mir, du bist mir einen Kroaten reindrücken. Und ich hab Team of the Year. Wäre auch nochmal was Neues. Von Alisson Becker. Aber halt so auffällig. Schade. Hast du gut gemacht. War auffällig. Seid ich dir ehrlich. So ein bisschen auffällig schon. Ja, hast du. Aber, aber gut. Aber manchmal ist auch das Auffällige auch gut, weißt du, bei so Videos. Das ist halt immer so die Sache. Immer 50-50. Ja. Ja. Okay. Niki. Dann halt ich für dich nochmal Rücken. Was hat Nick Lugi vorbereitet? Ich habe Innenverteidigung Virgil van Dijk. Daneben hätte ich Hero Company. Aber ich habe auch Maguire, aber wenig Company. Ja, okay. Das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und im Tor gehe ich mit Ederson. Doch, das ist komplett richtig. Weil ich bin mit Lourie, Varane und natürlich, da habe ich einfach nur für dich ja ein kleines Mal gemalt, natürlich mit Quadröldigern. Aha, sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn extra nicht gespielt. War quasi mein Chouter. Ähm, aber leider hast du mich nicht, äh, ja, hast du mich ausgetreten mit dem guten Quadröld. So ist es. So ist es. Dann würde ich sagen, die Team stehen und wir laden uns ein und gehen rein. Und das wird schwitzig, gell? Ich kenne nicht. Das wird so veröhrt. Chelsea, Liverpool, machst du deinen Tipp fürs Wochenende? Wir machen ja jetzt auch eine kleine Prediction, aber ich sage, Liverpool gewinnt mit 3 zu 1 gegen Chelsea. Ja, ich gehe tatsächlich auch. Ich gehe auch mit Liverpool, weil ich glaube, dass die nochmal richtig abreißen wollen zum Ende der Saison mit Jürgen Klopp. Denke ich auch. Ja, ich sage auch, ich gehe auf ein 4 zu 1, oder? Eigentlich müssen wir das aber danach machen. Das heißt, ich muss auch 4 zu 1 gewinnen und dann drei Spieler abschließen bei dir. Ja, das wäre doch okay, oder? Also für dich, für mich wäre es nicht so okay. Oh, das ist gut. Oh, gut. In der Luft. Deshalb habe ich den Mann aufgestellt. Nur deshalb. Oh, gegen Van Dijk im Kopfballduell. Perfekt. Ah, Bro, Variola. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt Equat-Taktik. 1, 2, 3. Ah, nicht mehr Torwart. Nein, 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 nein. Nein? Boah, gut, was du getroffen hast. Alter, kein C, du. Und die anderen zwei waren zum Glück Profit. Also, es kam noch dazu, dass er nicht nur spielen konnte, sondern auch noch meine Spieler erraten hat. Hey! Niki, was machst du? Du machst die ganze Kopfball. Ich wusste gar nicht, dass es geht in den Fiefer. Der Trait. Der Beste. Hat er den Trait? Ja, in der Luft. In der Luft plus. Alter, ist der stark. Das war übrigens perfekt getimed, der Kopfball. Perfekt. Okay. Und Kunku. Jawohl. 2, 1. Verkürzt. Komm ins Comeback. Mit meinem Chelsea, Mann. Das Gute ist, im 16er weißt du immer nicht, was ich mache, gell? Nee, da nicht. Ich bin komplett überfordert, den nicht. Die machst du mal krass, die Battle. Nein. Guter Mann. Grutscher. Nein. Oh. Oh Mann. Ich sag's dir, hat 45 Zentimeter. Sag's dir ehrlich. Hey. 100%. Jetzt. Da sieht doch die Lücke. Ja. Ja. Das war drastisch. Das war drastisch. Oh, das war mal lucky. Gut, dass ich so frei... Es war gut. Danke dir. Du machst so Druck gerade? Ja. Alter. Was ein Ball. das hat sich aber auch verdient gerade ich konnte nichts machen den ball die ganze zeit gehalten ja 88 jetzt selber noch mal geschwitzt oder albert ist guter schuss guter schuss arme brossi torwart kein guter ball oh mein gott das war big die aktion noch mal jetzt noch mal ein tor verdient gehabt gerade zwei des gardos du bist bereit du hast 4 4 3 3 die vierte ja genau 4 3 3 die vierte was nehmen wir bei nick was mache ich mit dir ich nehme jetzt erstmal den rechten z m und ich nehme den rechten z m und ich nehme einfach den rechten flügel du hast getroffen domanik jobberschlein und und den first owner mbp des spiels so heute dann habe ich nämlich einfach stehen lassen und den guten heute dann haben wir beide mal schnell eine spd so schlafen wir ab satt und wett damit würde ich sagen sind wir raus es hat spaß gemacht so bis zu 88 minuten hat es mir so meine spaß gemacht äh nein spaß also wenn euch gefallen hat lasst den daumen nach oben da kommentiert dann welches spiel ihr als nächstes haben wollt es geht ja jetzt in die grunge time lauter geile champions league spiele taos spiele tapfinals bundeslieder was auch immer schreibt es gerne rein und dir ja ohne vielen dank fürs mitmachen danke dir nick und wir sehen uns beim nächsten mal freunde daumen nach oben da lassen abonnieren auch wenn ihr von mir kommt und bis zum nächsten mal und nicht die folge bei tabazat essen da haben wir nämlich auch noch ein schönes sbb aufgenommen dann sind wir raus ciao ciao